Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie man sieht, bin ich schon wieder unterwegs und zwar geht es für mich jetzt am Sonntag zur Freya und passend auch zur Vorweihnachtszeit. Hey Mann, fahren die Leute. Ich war fast auf meiner Seite. Wie man sieht, hier im Hintergrund ist übelst viel Schnee. Leider da wo Freya steht nicht so viel, aber das ist egal. Schnee ist Schnee und es ist immer etwas ganz besonderes. Der erste Schneeausritt mit dem eigenen Pferd und ja jetzt geht es zu Freya und dann gehe ich mit einer Freundin ausreiten und danach oder davor, das weiß ich noch nicht, werden Weihnachtsbilder gemacht. Und zwar habe ich vom letzten Jahr noch zwei Weihnachtsgrenze, die ich selber gemacht habe. Eine mit Beleuchtung, aber ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Und der eine ist ohne Beleuchtung. Naja, ich habe die auf jeden Fall jetzt mitgenommen und ich freue mich schon auch sehr, die Bilder zu machen und die könnt ihr auf Instagram die nächste Zeit irgendwann sehen. Da werde ich sie posten und mein Instagram-Account findet ihr halt natürlich unten in der Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns im Stall wieder. Kleine Planänderung. Ausreiten ist doch nicht angesagt. Ihr steht schon bereit. Das ist der Frodo. Ein weiteres Model. Und hier ist die kleine Maus. Mausi. Komm her. Puppe. Da ist sie. Und Model 2 von meiner Freundin. Ja, schauen wir mal. Die Kränze sind schon um. Einmal eine Kränze. Hallo. Und hier ist der zweite. Wir werden auf jeden Fall bei beiden beide Kränze anwenden. Und schauen wir mal. Dann gibt es halt heute einen Shooting-Tag. Frodo, hör auf jetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich da viel mit filmen kann. Keine Ahnung. Ansonsten zeige ich euch einfach die Bilder am Ende. Ich wünsche euch ganz schön ganz viel Spaß bei dem Video. Musik Musik Musik